Hallo liebe Freunde, hier ist der Kaufschirm, wie geht's denn euch so? Hey, das war gerade so unnötig, diese Lachen mal. Ja, so Leute, ich bin's, leider, ja. Ja, jetzt geht weiter mit One Piece, Gigan bitte. Und wie wir sehen, haben wir 15 Freunde, na endlich. Haben wir wirklich 15? Ja, wir haben 15 Freunde, endlich. Achso, vielleicht beim Freund, dann Dankeschön, Dankeschön. Du liegst vor, ich rede. Oh, hübsche Ladies, das war den Weg wert. Heute Abend war, heute Abend schon was vor. Das ist blauer Fasan. Heute Abend, mal sehen, Papagou. Kami, du solltest nicht spät abends ausgehen. Andere Männer interessieren mich nicht, weg mit dir. Hm, schade, na ja, da wäre noch das Turnier, wollen wir wieder kämpfen? Warte mal kurz. Jo, ja. Es geht weiter. Es stimmt also, manche Männer sind absolut kalt. Wie geht noch mal alles? Ja. Oh, fast. Oh, guck mal, wie er das abgezogen hat. Ah, ja, stimmt. Dann ist sie, äh, verliebt. Oh, shit. Hey, ich glaube, er schützt mich. Guck mal, wie viel ich verliere. Okay, ich muss sagen. Ach, stimmt, sie ist auf Level 1. Aber es ist eine Chance zu gewinnen. Guck mal. Wenn du so hinterher gespielt. Naja. Wirst du mich verarschen, Fahrrad? Okay, weg. Okay, lass mich mal. Nein, es ist schwer, es ist Level 1. Ja, lass mich mal. Und das ist Anforderungen Level 16. Ja, lass mich doch mal. Es ist Level 20. Ja, ich weiß. Okay, mach. Aber Herausforderungen sind mein Ding. Lass doch. Hm. Na, direkt, direkt, direkt. Nein, 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 nein. Sieht langweilig aus. Ja, ich weiß. Wirst du mich verarschen? Ich hab dich doch getroffen. Ja. Guck, wir haben Chancen. Boah, es geht. Ja, ich hab ein Viertel verloren, ne? Wieso bin ich verarschen? Dreh dich mal kurz um. Oh, scheiße. Hä, was hat mir jetzt getroffen? Ach so, diese hier, die hier. Die Schlange? Ja. Die greift mich selbst an? Ja, weil wenn mir mal angreift, dann dreht sich da um, ne, sozusagen. Hä, was ist das denn? Ich dachte, die gehört zu mir. Nein. Dumme Schlange. Bisschen hinterher die Kämpfen. Scheiße! Ja, wir werden ekligen Atem nicht in die Spiele. Du sollst nicht dahin gehen. Wird ich scharf jetzt oder was ist los? du kannst du kannst nur noch gehen also guck du bist automatisch in die richtung du kannst kein schutzschild einwenden drehe ich dann wieder sofort um hier einfach umgebracht er war schutzlos deshalb verteidigen Eisbohr das ist so schwer da bekommst du nicht vor dass sie wie langsamer ist als davor nahe hängen wer macht die zuhause mal ab jetzt los geht auf jeden und das war erst mal später so reichen die meisten punkte die bankkopf heißt man es soll man sein Egal ich habe die beiden Karten und ich das ist nicht so schwer um wir sind zweitens war keine Sorge ich habe einen Plan 3GP statt alles für Spitzende auszugeben dann können wir den Hitzemodus aktivieren abx und und die Sorge aktivieren ist klar keine Ahnung ich glaube auch wenn du gleich stirbst danach wir werden da mit hoher Gewalt durchkommen ich glaube das ist die Voraussetzung du kannst ja du musst aber du gewinnst so zum Tipp jetzt aber um mehr Geld zu bekommen muss man das ja machen nicht eigentlich ist nicht ist nicht so relevant sollte ich so ich meine ja ok stimmt das ist normal geblieben schnäcke jetzt ruf sag wahrscheinlich wie du willst du sollst ja Boncari Mr. Two nein ach stimmt er gibt mir ja GP stimmt das war ja so also er folgt mich ganz in die Augen und gib mir dann GP ja ok ach ja das war ja so vielleicht machen verdammt egal hast du es getroffen? mhm ja wieder Boncari warte nein jetzt hier damit er hier bleibt schnäcke mal heilt hat guck ich kann es einsetzen ach hast du schon? ach egal lass mal ihn zoomen warte ok warte jetzt jetzt zack ok jetzt führst du ihn ich glaube du hast eigentlich gewonnen oder? ja warte wenn du eine Jinbei tut ist das noch perfekt zack ist ja cool oder das hier warte noch ein Kombo zack die schwung mal hoch ey das wollte ich gerade machen hast du mich verarschen? ja ich bin noch hier jetzt ach so egal gewonnen und zack einmal ins Feuer ja macht Spaß damit auch Raffi abschlafen ach so soll ich machen? ah ja mit Raffi machen ich krieg' ich haben keinen Weg entscheiden wir mal am besten sofort wir müssen losstürmen wie man kommt es in deinem Team oh oh ich mach' noch mal welches Leben muss man sein 13? ja Raffi ist ja hoffen 16 ich muss gleich mit dem Sound-Kollektivieren was machen ho ho der Piraten Grand Prix die Gelegenheit White Bay zu fangen ich kann es kaum erfahren Crocodile Duo alle Mann bereits zum Kämpfen ja ok die Gelegenheit also alle gegen alle ne ist noch irgendwie behindert oder? oh shit ja der Sound ist irgendwie anders ja es kommt drauf an die Soundqualität habe ich vielleicht etwas geändert ja Leute ich hab die Soundqualität jetzt was anders gemacht wegen anderes Spiel ich wusste es nein es ist dass er das ausschlagen wo du nicht das dann bekommen würde ich dachte jetzt schon die Soundqualität aber scheiße es ist nicht den dritten GP-Punkt das alles geht mal ja später ja Leute in dritten GP-Punkt immer wenn man hohes Level erreicht hat ich mach 15 Minuten Pause ok das soll besser und weniger NB ja ok oh shit du bist halt so wenig Leben verloren ja oh shit ich will ihn besiegen deshalb willst du nicht ihn besiegen? doch ich will ihn besiegen ja stirb doch mal ja der Hitzemodus was geht denn jetzt ab mit ihm? also aber er ist tot nein er kriegt dann alles Leben voll aber nach einer Zeit verliert er Leben ok aber er ist tot gehen wir mal hoch guck siehst du er verliert Leben bangsoi vielleicht haben wir bis er Null hat und jetzt und jetzt oh jetzt kriegt er Minus also er kriegt Minus ich krieg nichts bangsoi ich wollte gerade angreifen einfach so ups hihihi bitte der Fugel Egalo ist gewonnen ich kann hier nichts mehr streitig machen werf ihn auf uns Lava ja ne ich wollte noch Gatling einsetzen Geheimweg 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 ok er wird in 17 und so höll guck mal was hier machen wir machen wir mal alles auf Angriff hier überträum muss sein überträum tja was haben wir jetzt für einen Geheimweg besiede ein Gegner ist das der Geheimweg gegen Marshall D. Teach Blackbeard ja diese Drecke geben missgestellt verbrügel ich mit Waffe oi oi ach stimmt die haben wir gar nicht eingesetzt ich bin bereit los zu schlagen ich denke alles weg geh nicht über Bord über diesen komischen Typen da dieser Admiral da weiß man gar nichts eigentlich oder der Admiral? also dieser komische ach Shiryu oder so wie er auch immer heißt über den weiß man guck mal in Anime ist Blackbeard der größte Vollidiot aber wegen seiner Kraft ist er noch stark ist auch so wirklich Numi der größte Vollidiot hat keine Kampftechniken er kommt nur mit seinen komischen Schattenkräften an ist doch so aber letztendlich aber wie Leben der hat ich mich verarschen ich glaube das war gut dass du so verstärkt hast ey verdammt achso ich dachte schon wer die meisten Punkte hat ey nie den Ring verlassen ich weiß was da unten steht mit Frankenzeichen 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 abschließen und da ist glaube ich hier mit 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 Leben 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 von Sison dem und Schiff er sagt er Ex scholars jetzt jetzt eine an der schönen Lady kämpfen darf. So ein Glück. Zitzitz, mich interessiert nur deine Schmerzensschreie. Ja, dieses ist echt mein Fuck. Hey, was ist mit diesem Typ mir los? Na, mir ist das Gesicht. Mann! Reg dich nicht auf. Das reg dich nicht auf. Ich hasse sowas. Einfach meine Wut an innen rauslassen. Ey, kannst du gut... Was? Kannst du kurz stoppen, mein Handy klingelt. Okay, Leute, es geht weiter. Verprügel jetzt. Und Leute, ich habe was bemerkt. Es wird ein Strich im Video vorkommen. Ich weiß nicht, warum das Strich da ist, aber er ist da. Es tut mir jetzt schon leid, dass er da ist. Aber ich glaube... Warum kommt dieser verdammte Strich? Ich verstehe es nicht. Warte, der kam nur, wenn man zu viele Pausen macht. Hä? Hast du gesehen? Der hat eine Spezialtag mit ihrer abgewertet, oder? Warte, den muss ich besiegen. Den kannst du nur... Ach so, stimmt. Warum denke ich das immer? Oder wenn sie irgendwelche Hassgefühle gegen ihn hat, dann kann sie auch ihn töten. Also, das Ziel ist, dass die beiden... Ich überlege gerade noch, wie er heißt. Meine lieben Zuschauer, muss ich weiß es nicht. Sagt uns, wie dieser komische Impel Down-Wächter ist. Ja, wir wissen es eh gleich. Wieso? Kommt er gleich als Boss? Ja. Okay. Aber ich meine sowieso gleich ein Cut. Mit Hancock? Wer wird neunz. Was sollen wir machen? Ich drehe doch durch! Äh, Leben und ein bisschen Angriff. Und? Leben, hab ich doch gesagt. Ja, ich weiß nicht, welches mehr sein soll. Ach so. Ähm... Warte, 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 warte. Den ersten Buchstaben, den ersten Buchstaben. Warte. Magellan. Ich wusste dann nur, der erste Buchstabe hat gefehlt. Okay, okay, wir machen jetzt ein paar weiter. Ach so, okay. Tschüss. Tschüss.